Als Fürstlich-Porzinsche Hausapotheke 1705 im Floß Porzia gegründet, befindet sich die älteste Spitaler Apotheke nun am Hauptplatz im Zentrum von Spital. Neben der klassischen Apotheke lautet unser Motto, der Kunde ist König. Ob individuelle kosmetische Beratung bei Hautproblemen, das Bereiten von Bachblütenmischungen oder magistralen Rezepturen, unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen versuchen für Sie eine optimale Lösung zu finden. Da, wo ich ganz ich sein kann, Ihre Porzia Apotheke.